Ich begrüße euch ganz herzlich zu unserem Abendgebet aus Maria Laach. Ist uns eigentlich klar, was wir in diesen Tagen feiern? Also wirklich? Dass das, was wir da hören, wirklich passiert ist? Dass dieser Jesus, der der Christus ist, so klein, so erniedrigt worden ist, so geschunden worden ist, so missbraucht worden ist und trotzdem zum Herrn dieser Welt auferstanden ist. An diesem Abend ist er mit seinen Freunden allein, ganz bei ihnen, will noch einen letzten Abend mit ihnen verbringen und fragt sie in einem Moment, begreift ihr, was ich an euch getan habe? Das bezieht sich auf die Fußwaschung, aber vielleicht auch auf sein ganzes Leben mit ihnen und sie haben wohl nicht begriffen. Wie auch? Begreifen wir? Können wir das begreifen, was in diesem Buch steht, der Heiligen Schrift, was Jesus uns mit seinem Leben sagen will, was er uns damit gezeigt hat? Dieser Abend des Gründonnerstags lädt uns ein, still zu werden, innezuhalten und darüber nachzudenken, was wir von seinem Leben begriffen haben. Vielleicht stellen wir fest, dass es gar nicht so viel ist, aber es ist wichtig, dass wir das, was wir von ihm, von seinem Leben begriffen haben, auch durchtragen und entfalten, damit die Welt ein Stück weit besser werden kann, damit ein kleines Stück Ostern durch uns in diese Welt gebracht werden kann. Lasst uns diesen Tag mit einem Gebet beschließen. Herr, diese Tage deines Leidens, deines Todes und deiner Auferstehung sind unbegreiflich, wie so vieles, was du für uns und an uns getan hast. Hilf uns, dass wir in diesen Tagen ein Stück weit mehr begreifen, was dein Leben für uns bedeutet und dass daraus für uns Konsequenzen wachsen, heute und alle Tage unseres Lebens. Ich wünsche euch einen schönen Abend und eine gute Nacht. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020